Herzlich Willkommen bei mir zu Hause. Um euch einen kleinen Eindruck zu geben über mein Leben und Musik, brauche ich nicht viel zu sagen, als nur das erste Lied, das wir spielen, anzukündigen, Home is where my friends are. Auf meiner Reise als Straßenmusiker in Deutschland, als ich landete in Oldenburg, habe ich in einer Kneipe das Lied gehört und ich habe versucht, es nachzuspielen. Aber ich wusste den Akkord nicht und den Text nicht. So eigentlich ist es ein ganz eigenes Lied geworden. Ich wollte es kopieren, aber es ist nicht gelungen und Home is where my friends are ist daraus fortgekommen. Auf meiner Reise als Straßenmusiker in Deutschland. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020